Hallihallo, Freunde! Oh, das Ganze ist doch so einfach. Man muss da nur mit Anlaufen verspringen. Zumindest war das im Walkthrough so. Habe ich das gesehen. Oh Mann, kann mal irgendwer den Lakito da hinten abmurksen? Oder oben, nicht da hinten, da hinten. Da wäre ja hinter mir, aber er ist ja auch über mir. In den Wolken! Ja, oder vor den Wolken, weil die Wolken sind ja jetzt auch irgendwie nicht in der Luft. Also hier... Und so nicht. Sondern nach oben und nicht nach vorne. Zumindest sah das so im Walkthrough aus. Ups, Noms. Aber mehr habe ich auch noch nicht geguckt. Also, äh, nur die Stelle. Und ich habe gesehen, aber... Dass das Ding extrem lang wird. Also dieses Spiel. Ah, schon wieder! Ich muss irgendwie nach oben. Irgendwie, keine Ahnung. Äh, ja. Okay. Oh, diese roten Pflanzen sind unsympathisch. Ja. Wie auch immer. Also vielleicht hier oben, irgendwie. Wow, das war oben drüber. Okay. Hört sich das nicht schön an? Ah! Ich hasse dieses Geräusch. Wenn man... Das passiert immer, wenn man die Self-Slow-State-Taste gedrückt hält. Noms, 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 noms Schon wieder falsch Ich glaube, das verübelt mir keiner Weil dieser Sprung wird jetzt schwierig Schon wieder falsch Schon wieder falsch Oh, ey, wie schlecht bin ich eigentlich? So geht's auch nicht So geht's auch nicht Ey, mach on Ich hasse solche Dinger Mann Okay Jetzt vorsichtig Vorsichtig Komm her Oh Mann, jetzt bin ich oben drüber gesprungen Spike Ja, ich hab jetzt keinen Bock danach zu gucken, ob da ein Item drin ist Nein Ich hab einfach ganz oft, als ich da drauf war, die Sprungtaste gedrückt Nein Ich hasse Lakito Komm her Nein Nein, ich wollte doch nicht den Spike, sondern den Lakito treffen Ich muss immer meinen Button vergewaltigen, damit das klappt Nein, 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 evilpilz, evilpilz Böser, böser evilpilz Oh nein, nicht noch ein Lakito Hat nicht einer, nee, den kann ich nicht so erwischen Muss ich gar nicht erst probieren Das endet nur wieder an viel geblutiges Zeugs Und ich hab nachgeguckt Ich hab wirklich so extrem oft, äh Äh, ah Ich will die Blume Ich hab so extrem lange keine Feuerblumen mehr gehabt Weg Aha Sieht immer noch so aus, als ob man die Röhre reinkackt Oh, yeah Nein Ich mag kein Wasserlevel Ich muss so auffassen Ich hab keinen Bock, meine Feuerblume zu verlieren Ja Komm her, Oktopus Oh nein, feuerresistent Nein, nein Jetzt muss ich Oh Nein Meine Feuerblume, warum muss ich in diese Scheißröhre reingehen? Wenn ich jetzt sterbe, dann schreie ich Meine Blume Meine schöne Blume Nein Nein Dieses Spiel ist Grimbrausam Und dieses Mal gehe ich nicht in die Höhre rein So Das lief doch so wunderbar Aha Stirb, Lakito Ich weiß ja, ich muss da nicht nochmal reingucken Da ist ein böser Evil-Pilz drin So Ich will nochmal eine Blume So Aus dem Weg Diesmal behalte ich meine Feuerblume Und jetzt Nein Nein Ich wollte gerade Stirb, Lakito sagen Wäre das Ganze so schön ohne Lakito Als ob das nicht schon Wow So schwer genug wäre Ey Ich sehe schon Ich werde wieder ein ganzes Video an diesen Scheiß Level Bin So Komm her Du Ich habe ja nichts gegen Brillenträger Aber Du bist Mir unsympathisch Oh Noms Ich glaube ich versuche jetzt erstmal gleich den Lakito zu killen Ah Nein Oh wir sehen uns wenn ich da bin Dieses Spiel lutscht so dermaßen ey Kann dieser Lakito nicht einfach mal abhauen So Ah 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 Oh Oh Mann habe ich eine komische Stimme Ich konnte so richtig tief Und so richtig Oh Gehen Oh Oh Äh Äh Noms Oh 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 Goomba weg Sag mir bitte dass ich es geschafft habe Sag mir bitte dass ich es geschafft habe Noms Noms No Oh 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 Wer blockt Wer macht da denn bitteschön ein Loch rein Oh 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 Nein Keine Hämmer 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 Norms. Oh. Norms. Norms. Oh. Nein. Warte. Ich weiß, dass ich jetzt oben lang gehen muss. Wow. Das sieht so dermaßen nach Lakitu aus. Wow. Was habe ich da? Ich habe das Spiel geglitscht. Oh. Cool. Woo. 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 Cool. Cool. Wow. Haha. Das ist cool. Ja. Das muntert mich jetzt wieder auf. Norms. Norms. Ui. Ui. No. Sag mir, dass ich einen Save-State-Aim am Anfang gesetzt habe. Hä? Ja, habe ich. Gut. Ich war... Ach. Oh, das sieht spaßig aus. Aber man sieht wieder. Das kann man... Oh. Die Level sind nicht alle gleich schwer. Man kann jetzt nicht verallgemeinern, das Spiel wird mit der Zeit schwieriger. Weil... Hier da ist ein Mario und was anderem gut. Oh, okay. Da muss ich den Koopa treffen. Ich bin anscheinend in so einem Plattform-Gedöns hier gut. Upsum. Ah. Oder auch nicht. Oh, ich liebe diese... Das Lächeln in Wolken. Die sagen, oh, alles in dieser Welt ist in Ordnung. Da stirbt zwar so ein kleiner, fetter, grüner Klempner, aber das ist uns egal. Wir lächeln weiter. Boom, boom, boom. Boom, boom. Entweder habe ich ein billiges Gamepad oder diese komischen Dinger funktionieren nicht. Diese Springboards funktionieren nur... Bam. Haha. Nur mit... Mich interessiert, was da drin ist. Ich warte, da ist ein Item drin. Oh. Nein. Oh. Okay, ich hatte jetzt keinen Bock, mich hinter dem Pilz herzustürzen. Das wäre wieder nur im Tod ausgegangen. Übrigens, ein echt top Let's Player hat das Spiel auch gespielt. Wer schon mal was vom Der Tolle Eagle gehört hat, der... Genialer Let's Player. Einfach mal angucken. Der hat das auch gespielt. Oh. Komps, romps, romps, dumms. Domps. Domps. Neun. Domps, neun. Dom, dom, neun. Oh Mann, oh Mann. Dom. 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 Ein Versuch noch. Wenn, dann probiere ich's. Bom. Roms. Roms. Die Noms. Bom. Bomberman. Auch ein nettes Spiel. Was soll dieses Sprungbatter eigentlich? Ja. Ja, okay. Bums. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Oh. Oh, fast hätte ich die Münzen da oben hingekriegt. Wie krieg ich das jetzt hin? Mit rennen. Hui. Hey. Hallo. Ihr fliegt. Oh. Nein. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Euer Jonas. Tschüss. Tschüss.